ja was meinst du denn für ein trailer über den komischen youtube kanal habe ich noch nicht aber danke dass du mich daran erinnerst da kann ich gleich mal dran setzen ja mach das buch und vergiss nicht da oben zu erwähnen ja oma das kann ich machen da setze ich mich doch gleich mal dran an den guten alten kanal trailer er hat ja schon lange genug auf sich warten lassen würde ich behaupten ich würde sagen hallo und herzlich willkommen bei brilli b ja das bin ich und wir wollen gar nicht lange drum herum reden ich schalte erst mal die fünf videos an zack 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 und zack ja und ihr fragt euch jetzt warum schaltet dieser komische kerl fünf videos da unten rein habt ihr noch nie ein trailer gesehen ich zeige euch jetzt was euch auf diesem kanal hier erwarten kann nein erwartet der erste ausschnitt den ich euch zeigen möchte der der ereignete sich zum ende der ersten staffel von banished schaut mal rein ich weiß nicht was ich tun soll da ist der timer abgelaufen scheiß auf den timer kann ich den abreißen nein steinhäuser brennen auf oh mein gott der nächste ausschnitt ereignete sich während der ersten staffel von the walking dead ich klicke mein fertig bearbeitetes video an und merke da fehlt doch was schaut mal rein ihr kommt nicht aus crawford also wer seid ihr was wollt ihr hier wir sind hergekommen um ein boot zu finden in der hoffnung dass wir unsere leute an einen sicheren ort bringen können viel glück damit jeder der ein boot hatte hat sich aus dem staub gemacht als die leute anfingen sich gegenseitig zu essen und die boote die noch übrig waren wurden von crofford wegen der einzelteile zerlegt autos eben weil wo werden wir was finden wenn es eins gäbe glaubt ihr ich werde noch hier ich habe jeden zentimeter der stadt abgesucht hier gibt es nichts mehr gottverdammte scheiße scheiße hey dumpf backe brille nicht so um scheiße ja da ihr kein boot finden werdet rate ich euch zurückzukehren wo ihr hergekommen seid bevor großartig einfach großartig ist das nicht die folgenden beiden ausschnitte sind aus meinem tropico 5 let's play tropic kovic in dem ich immer und immer wieder unterbrochen werde hallo und herzlich willkommen den verkehr in tropico viel sich halt dein maul penultimo die alle kopfbedeckung für unsere jährliche kanne walsparade endlich schnauze das kennen wir schon wie ich hörte ist der brillante wissenschaftler dr abraham zweistein aus deutschland geflohen und versteckt sich jetzt in der schweiz meine agenten haben mich darüber informiert dass die achsenmächte ihre eigene super wettbewerb ich unterbreche euch jetzt Blablabla, blablabla. Keiner versteht mich. Du versteht nur mich. Du blöde Schlampe. So. Meine Agenten haben mich geheilt. Arr, ihr Landerratten! Die nächste Szene stammt aus Assassin's Creed 4. Dort habe ich mich so in die Piratenszene eingelebt, dass ich selber zu einem Piraten werde. Arr! Schaut mal rein! Wo ist Männer? Ihr Landratten! Hahaha! Captain Edward Kensing oder Kenway! Auf dem Weg zum Ziel! Hahaha! Keiner kann ihn stoppen! Arrrr! Das ist ein Wetter hier! Hahaha! So mögen es die echten Piraten! Oh, da kommt wieder eine Welle! Haha! Wir tauchen einfach drunter durch! Arrrr! Deckung! Hahaha! Super! Wuhuuu! Entschuldigung, ich raste gerade ein wenig aus. Und zu guter Letzt zwei Ausschnitte aus meinem aktuellsten Projekt, Brilli Baut. Viel Spaß damit! Ich hör doch schon wieder was, ey! Oh! So, das reicht schon. Was schwirbt denn hier rum? Oh, 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 oh! Nein! Was war das denn? Da seht ihr, es geht los! So ein Scheiß! Jetzt haben wir mitten in der Nacht und ich respawn jetzt hier wieder in Holland. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo das war. Wo wir jetzt waren. Damit geht es eindeutig schneller. So, dann machen wir jetzt erstmal hier in unser Haus nochmal anders. Ah! Nein! Diese Pissfresse, wo kam die denn her? Scheiße, ey. Jetzt muss ich den Scheiß hier erstmal. Habe ich die Kisten zufällig? Eine. So, meine lieben Freunde der Let's Play-Unterhaltung. Damit wäre mein Trailer auch durch. Und er ist ja auch länger geworden, als ich dachte. Ei, 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 ei. Ich hoffe, euch hat das Gesehene gefallen. Was wiederum mir sehr gefallen würde. Damit sage ich Adieu und auch Tschö. Ciao, ciao. So, Oma. Ich habe den Trailer fertig gemacht. Was? Wirklich? Warte, ich komme mal gucken. Zeig mal her den Trailer. Nein, Oma. Der muss noch gerendert werden und so weiter. Der gerendert? Na, leck mich am Arsch. Der ist doch sowieso nichts geworden. Du kannst gar nichts. Dieser, dieser Gronkh ist eh viel besser als du. Ja, Oma, vielen Dank. Zack, Zürtou. Zürtou, habe ich gesagt. Zürtou.